Jo yeah und willkommen zu einem Infovideo zu PvP Saison 2 Durchdringen des Schleiers. Die neue PvP Saison kommt morgen am 28.03. live auf die Server und dann können wir damit auch schon direkt loslegen. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal kurz eine kleine Übersicht geben, was sich so ändert, was ich davon auch selber halte. Also schaut auch selber, dass ihr eure eigene Meinung in die Kommentare am Ende des Videos reinschreibt. Die PvP Saison wird folgendermaßen eingeleitet. Hinter den Kulissen ziehen dunkle Mächte die Fäden und verwandeln den Wettbewerb in ein Rekrutierungsinstrument für eine Organisation von Attentätern. Kämpfen die Konkurrenten um Ruhm und Preise oder um ihr Leben? Nun, für mich definitiv um Ruhm und Preise. Um mein Leben muss ich nicht kämpfen. Ich meine, ich sterbe ja nie in Kriegsgebieten oder in Arenen. Ja. Guck dir das an, du wirst sofort hingezogen. Ich würde mich ja freuen, dass ich da noch splitten konnte. Okay. Alright. Nevermind. Fangen wir mit Medaillen und Punkte an. Was ich ganz super finde ist, dass man jetzt statt 8 Medaillen nur noch 7 Medaillen farmen muss in einer PvP Runde, sprich in einer Arena oder in einem Kriegsgebiet, um zum einen die volle Belohnung zu erhalten, als auch um die Erfolge abzuschließen. Ich habe mich ja in dem einen Video auch darüber ein bisschen beschwert, dass es teilweise gar nicht möglich war. Vor allem als Dot-Hexer ist mir das echt hart aufgefallen. Schaut euch gerne das Video an, wenn euch das interessiert, was ich dazu gesagt habe, was mein Feedback so während Saison 1 war. Und ja, ansonsten kommt jetzt auch ein paar ordentliche andere Änderungen, wie man noch ein paar mehr Medaillen dazu verdienen kann. Und ich persönlich denke, dass es ziemlich geil ist. Gucken wir es aber mal genauer an. Also, diese Änderung wird es erstmal nur auf dem Alderaan Bürgerkriegsgebiet geben und dann sollen weitere Maps folgen. Sprich, die Geschützsteuerungszonen werden vergrößert und man erhält ab sofort 700 Verteidigungspunkte pro Tick anstatt 500. Die Verteidigungsticks sind praktisch, wenn man sich als Verteidiger einer Zone in diesem Bereich rund um den Geschütz aufhält. Und nach, ich weiß nicht wie lange, aber sagen wir mal nach 30 Sekunden kriegt man immer einmal diese Punkte. Und am Ende addieren sich die Punkte natürlich und dementsprechend kriegt man auch Verteidiger mit dahin. Zu diesen Geschützsteuerungszonen zählt auch ganz wichtig, dass man ab sofort 500 Verteidigerpunkte bekommt, wenn man einen Angreifer in dieser Zone besiegt. Und umgekehrt, wenn man als Angreifer einen Verteidiger in dieser Zone besiegt, dann erhält man 500 Angreiferpunkte. Für mich ist die Frage ein bisschen gerade, ob man sich auch selbst in dieser Zone befinden muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Sniper außerhalb dieser Zone bin, aber ein Verteidiger innerhalb der Zone besiege, ob ich dann auch die 500 Punkte kriege, ist gerade für mich ein bisschen fragwürdig, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, man sollte sich möglichst nah an dieser Zone halten, um diese Punkte zu erhalten. Und das Ganze soll natürlich Objective Play motivieren, also dass man auf den Sieg hinaus spielt, was am Ende auch für die PvP-Saison essentiell ist, um voranzuschreiten. Dann zu den PvP-Punkten. Also je nach Spieltyp, also Kriegsgebiet oder Arena, wie viele Medaillen man gesammelt hat und ob man gewonnen oder verloren hat, erhält man PvP-Punkte für die PvP-Saison. Zum Beispiel kriegt man, wenn man sieben oder mehr Medaillen bei einem Sieg in einem Kriegsgebiet erhalten hat, 24 Punkte und wenn man sieben Medaillen bei einer Niederlage in einem Kriegsgebiet verdient hat, dann erhält man nur acht PvP-Punkte, was natürlich schon ein ordentlicher Unterschied ist und motiviert, dass man halt auf den Win hinaus spielt. Zum Beispiel in einer Arena ist es dann etwas weniger, bei sieben Medaillen oder mehr. Bei einem Sieg erhält man 12 PvP-Punkte und nur vier bei einer Niederlage, das heißt, an sich lohnt es sich schon mehr Kriegsgebiete zu spielen, wenn man vielleicht Solo-Player ist, würde ich mal denken. Wenn man als Gruppe spielt, dann hat man wahrscheinlich in den Arenen deutlich mehr Chancen, weil die dann umso schneller gehen und ja, dementsprechend spart man auch Zeit. Dann kommen wir zu den Cue-Änderungen, also zur Spielersuche. Ab sofort sollen Premates auch öfters mit Premates in einer PvP-Runde kommen. Eigentlich dachte ich, dass das schon vorher so implementiert worden ist, aber jetzt soll da wohl spezifisch darauf geachtet werden. Und das kann am Ende zwar zu höheren Wartezeiten für ein Pop für ein Match kommen, dennoch kann sich die Qualität der Runden verbessern. Ich meine, ich hatte genügend Streams, wo ich ein bisschen weggehauen wurde. Und das liegt halt unter anderem daran, dass man sich alleine gelistet hat und gegen Leute reinkommt, die halt zu fünf oder sechs oder siebt unterwegs waren. Vor allem vielleicht sogar als Attentäter. Ich spreche gerade niemanden an, vielleicht wissen die es selbst. Ich denke, dass sich das auf Tula Kott vielleicht nicht ganz so stark bemerkbar machen wird, weil es nicht, im Gegensatz zu Darth Maul, zum Beispiel nicht so viele unterschiedliche Spieler gibt, die sich gleichzeitig listen. Aber dennoch soll es in gewisser Weise dazu beitragen, dass man nicht mehr mit so vielen Premates als Solospieler reinkommt. Ihr solltet auf jeden Fall auch euer Feedback in den Foren und am besten auf Twitter und so dazu geben, damit die Entwickler das sehen. Das haben wir in dem Blogbeitrag auch extra geschrieben. Also checkt das unbedingt ab und gebt auch immer gerne Feedback über Twitter, über, wie gesagt, über die Foren. Am besten natürlich auch konstruktiv und nicht einfach sagen, das war scheiße oder blöd oder was auch immer, sondern, ey, man könnte das so und so besser machen und das und das hat nicht funktioniert. Dann kommen wir zu den Missionen. Was ich ganz gut finde, ist, dass die Arena Weekly von 25 auf 12 gesenkt wurde, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Mich hat das immer so abgeschreckt, Arena zu spielen. Vor allem, wenn man halt Solo zockt, dann kriegt man das Gefühl nie hin. Und ich hoffe, es stand jetzt nirgendwo mit dabei, aber ich hoffe, dass die PvP-Quest-Namen, also die Missionsnamen, auch wieder angezeigt werden, weil wir haben jetzt seit, ich glaube, vier Monaten tatsächlich diesen Bug, dass man die PvP-Quest-Namen nicht mehr lesen kann. Bitte. Wenn es noch nicht implementiert worden ist, in die Fixes, bitte macht das. Bitte. Dann kommen wir zu den Belohnungen für PvP-Saison 2. Dafür spielen wir ja schließlich. Wie auch beim nächsten Mal gibt es insgesamt eine Belohnungsreihe. Das heißt, Abonnenten und Free-to-Play-Spieler kriegen die gleichen Belohnungen. Die Abonnenten haben noch im Gegensatz dazu zwei wöchentliche Saisonziele mehr, also sechs Ziele statt vier bei den Nicht-Abonnent-Spielern. Und dieses Mal wurde jetzt auch gar nicht gesagt, dass man wirklich mehr PvP-Punkte und so verdient als ein Free-to-Play-Spieler. Da hat man ja jetzt eine Übersicht gehabt. Und möglicherweise ist das jetzt auch gleich, aber da wurde nicht explizit drauf eingegangen. Zumindest, wie ich es gesehen habe. Ja. Dann haben wir neue Items natürlich in der PvP-Belohnungsreihe. Ein Feedback zu diesen Items gebe ich in dem Feedback-Bereich am Ende des Videos. Wir haben zum einen das Rüstungsset der Schattenhand und des Schattenschleierkriegers. Und dazu noch die PvP-Saison 2-Trophäe in klein und einmal in groß. Links ist klein, rechts ist groß. Und dann haben wir noch die Vitrine mit alten Klingen und PvP-Schlachtkämpferin als Dekorationen. Und jetzt kommen wir einfach mal direkt zu den Saisonhändlern. Erstmal zu Tulek. Der hat natürlich neue Items, wie unter anderem das Schattenhand-Rüstungs-Display als Dekoration. Und auch das Rüstungsset des Schattenschleier-Attentäters und Rüstungsset des Schatten-Fanatikers. Hinzu kommen auch die PvP-Saison 2-Flaggen in Rot und Blau. Und ja, ganz wichtig noch, die Objekte sind bis zum Ende der Saison verfügbar und werden dann zum PvP-Belohnungshändler Girada dem Hutten verschoben. Und damit freut sich Baron Todessiege nun zu Girada dem Hutten zu kommen. Und ja, also, die Belohnung der ersten Saison, also das Rüstungsset des Kartellvorstreckers und des Kartellvertreters und die PvP-Banner werden dort dauerhaft hinzugefügt. Und hier könnt ihr auch nochmal die Kosten für die Gegenstände sehen. Zwei und sechs PvP-Saisontoken für Rüstungsset oder für die Banner. Ansonsten haben wir Repliken und Trophäen-Dekorationen in vier Rotationsgruppen verfügbar, die jeweils eine Woche verfügbar sind. Der Reset ist immer am Dienstag um 12 Uhr. Ich packe euch mal den Link zur alten Rotation in die Beschreibung. Vielleicht kommt eine neue Rotation, das werden wir dann eben sehen. Und ja, schaut da unbedingt rein, das sind echt coole Items. Und ja, dann kommen wir einfach mal zum Feedback. Nun, ich persönlich finde natürlich die Medaillenänderung positiv, weil ich sehr frustriert war, was ich auch in meinem Feedback-Video verdeutlicht habe. Was ihr auch, wie gesagt, in der Infokarte, in der Beschreibung am Abspann des Videos eben verlinkt sehen könnt. Und ich denke, dass es nicht nur mir so erging. Und ja, deswegen hoffe ich, dass sich das jetzt auch wirklich gut ändern wird und die nächsten PvP-Maps natürlich auch recht schnell dann dementsprechend auch angepasst werden. Wir haben aktuell nur Bürgerkrieg als praktisch Pilot für die ganzen geschützbasierten PvP-Maps, also Javinruinen und Novareküste. Ich denke, dass es auch ähnlich dann bei der Royce da funktionieren wird. Für Huttenball könnte es natürlich sein, dass es alles rum um den Huttenballträger geht. Das wäre jedenfalls eine Möglichkeit. Ansonsten kommen wir zu den Q-Änderungen, die ich persönlich auch sehr wichtig finde. Wie gesagt, ich fand es echt erschreckend, dass man teilweise gegen eine 7er-Primad campen musste und da eben gar nicht vorangekommen ist. Die neuen Items, die Trophäen und Dekos, finde ich, schauen nice aus. Die Rüstungsset tatsächlich, finde ich, sehen nahezu alle identisch aus. Bis auf ein kleines LED bei dem jeweils rechten Set sehen die sich sonst, ja, wie gesagt, identisch aus. Die Brustplatte, finde ich, geht auf jeden Fall klar. Damit kann man sicherlich was machen, vor allem so für Kopfgeldjäger. Ansonsten, ja, finde ich ein bisschen schade, dass die halt wirklich nahezu gleich aussehen. Könnte man mit Färbemodulen auch genauso hinkriegen, glaube ich. Nicht vergessen, als Free-to-Play-Spieler habt ihr auch Unlimited Kriegsgebiete. Ihr könnt euch ewig auf die Kriegsgebiete listen. Das haben sie ja damals auch geändert. Das heißt, nochmal als kleine Erinnerung, spielt PvP. Ich hoffe, dass ihr einige Infos hier für euch mitnehmen konntet. Lasst gerne euren Feedback in den Kommentaren da und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten kommt gerne auf meinen Discord-Server, da gibt es demnächst auch wieder ein paar Giveaways. Und abonniert diesen Kanal für noch mehr S-Veto-Stuff. Für demnächst ist noch einiges geplant. Deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen. Abonniert und dann sehen wir uns mit Sicherheit im nächsten Part. Kommentiert, abonniert und wir sehen uns in den Kriegsgebieten. Ciao! Ciao!